Wäre wahrscheinlich schlauer. Ganz ehrlich. Ich könnte mal runtergucken, wie es da unten so aussieht. Ah, da kommen sie schon wieder zurückgerannt. Wieder so ein Schütze mit Stab. Und Kämpfer. Also von hier oben müsste ich ja weiter runter in das Lager gucken können. Was die um mir noch so entgegenzuwerfen haben. Das sind hauptsächlich Zelte. Das sind eigentlich hauptsächlich Zelte und ein paar Hasin. Ne? Also ja, sobald ich... noch einen Nahrungs... äh, Upgrade habe. Noch ein paar mehr Einheiten. Wahrscheinlich noch fünf Brander und... fünf Trommler. Ups. Ups. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Das ist ein verfluchter Überfall. Zara, hilf! Zara, hilf! Mich hat's erwischt. Wir sind hier ohne Schutz. Wir sind hier ohne Schutz. Wie oft kann der sich heilen? mich hat's erwischt. Genau, kommt zu mir. Ich kann euch umbringen. Zeit zu sterben! Vorsicht! Zurück mit euch! Zeit zu sterben. Ist egal, jetzt halber mal heilen. Ja, ich glaube, so ist das effektiver. Okay, da ist das letzte Nauks-Upgrade, was wir brauchen. Dann können wir hier mal aufräumen. Können wir hier drüben aufräumen. Dann können wir uns um die Dämonen kümmern. Ich bin müde. Zu den Waffen. So, da sind unsere Trommeler. Kaiserlicher Zeremonienmantel. Schweine sind noch alle da. Da kommt wieder der Fein. Unsere Stockwerke angegriffen. Arbeit. Immer nur Arbeit. Aber sie sagt bloß, sie rennen mal in die Richtung. Okay, sollen sie machen. Was liegt an? Bereits. Und los. Mir nach. Müsste was, dann greifen wir jetzt an. Vorwärts. Was jetzt? Sollen sie sich hier ein bisschen an meinen Brandern verknüpfen? Na los, was wollt ihr? Oh, sie kommt doch hier rum. Hier. Vorwärts. In die Schlacht. Nicht zurückweisen. Eure Versuche langweilen. Ach, ihr Blut. Kurz so lang den Stein zurückfallen. Ist ihm egal. Nehmt euch vor. Nehmt euch vor. Ihr könnt mich draufhalten. Ihr könnt mich nicht besiegen. Die Meisterschützen sind dann noch ein bisschen anstrengender. Die Meisterschützen sind dann noch ein bisschen anstrengend. 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 Ein Gegenangriff! Den da sollte ich eigentlich fast an Leine hinkriegen. Zu den Waffen! Oh, nochmals Sonnenlicht. Ich hab so viel Sonnenlicht. Ich bringe mittlerweile. Zeit zu sterben! Na komm, Berserken wird den mal. Verteidigt euch! So. Berspore aktualisiert. Äh... Bringt Barion seinem Lager im Nordwesten die Nachricht, dass der Weg nach Süden frei ist. Die Gazeter sind vernichtet, der Pass ist frei. Barion kann nun nach Süden ziehen. Bringt ihm die Botschaft. Er sollte noch in seinem Lager im Nordwesten der Roten Wüste zu finden sein. Lass mal kurz gucken, ist hier noch eine Truhe oder irgendwas, was ich übersehen habe. Soweit nicht. Was liegt an? Flup. 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 Gartenschwert wäre nicht schlecht. Feuerschlag in der Wüste, nicht ganz so. Gehtmeister Kurzschwert eher nicht. Jetzt erstmal weiße Magie auf 10 bringen, damit ich die göttliche Heilung auf jeden Fall auf Stufe 10 benutzen kann. Oh, die Aura der Ausdauer. Irgendwelche interessanten Heilzauber, nö. Sofort! Mir nach! Folgt mir! So. Bereit! Mir nach! Folgt mir! Sofort! Folgt mir! Bereit! Und bloß! Zur Ehre Aronius! Ja, kommt alle her. Ihr könnt mich nicht besegen! Eure Versuche langweilig! Verteidigt euch! Die meinen es ernst! Warum habt ihr nicht Angst, ich? Und los! Mich zurückweichen! Bringen wir es zu Ende! Tote den Feinden! Entdeckung! So, Zauber! Oh! BezahleMagie! Mikrofon T.